Die Hoffnung ersticken. Tage wie diese lassen mich die Zeiten zurücksehen, in denen die D4s noch da waren. Der Kataklysmus hat einen Weg aus der brennten Steppe geöffnet und jetzt überlaufen Schwarzwaldsort das Nordheintal. Sie haben mein Weingut übernommen und brennen es nieder. Sie brennen es nieder! Bitte, Lachios, dieses Weingut ist alles, was ich habe. Nehmt meinen Feuerlöcher und löscht die Flammen im Weingut. Vielleicht besteht noch Hoffnung für dieses Land. Benutz Millis Feuerlöcher, um 8 Brände im Weingut zu löschen. Wir bekommen 75 Kupfer, 522 Erfahrungspunkte, einen 6-Platz-Behälter und einen Rücken. Wir müssen jetzt wieder hier rüber. Einmal rechts an der Abtei vorbei, über die Brücke. Und hier drüben, auf diesem Feld, einfach in die Nähe des Feuers gehen. Und den Feuerlöcher aktivieren, dann wird das Feuer automatisch gelöscht. Davon brauchen wir jetzt 8 Stück. So, einmal hier entlang. Aufpassen, hier sind eine Menge Gegner. Also diese Quest kann man auch sehr gut mit Schwarzfels-Invasionen verbinden. Sollte man auch machen. Da man ansonsten ewig hin und her läuft. So, hier drüben wurde ein Feuer direkt gelegt. Praktisch für uns. Können wir wieder löschen. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufpassen. So. Ein Feuer brauchen wir jetzt noch. Und würde ich sagen, nehmen wir das hier drüben. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. So, dann zurück zu dem Questgeber. Und hier vorne die Quest abgeben. Die Hoffnung ersticken. Seid gesegnet, Lachios. Ihr seid ein wahrer Held der Allianz. Auch wenn dieses Land völlig verbrannt und nichts als Schutt und Asche vom Weingut übrig ist, kann es sich vielleicht erholen. Stimmt's? Wie schlimm kann es schon sein? 75 Kupfer, 522 Erfahrung. 6 Platzbehälter und Rückenquests beenden.